Leute, herzlich willkommen in der Moped Factory. In diesem einen Video zeigen wir euch die komplette Story unserer Puchmaxi, vom verbastelten Scheunenfund hin zu unserem sicher aufwendigsten Tuning-Umbau. Und weil dieses Projekt so aufwendig ist, sind wir stolz darauf, den wohl kompetentesten Partner in Sachen Mofa für dieses Projekt an unserer Seite zu wissen. Ja, die Jungs vom Mofa-Kult haben uns nicht nur die Teile für den Umbau zur Verfügung gestellt, sondern uns auch mit Informationen zur Puch versorgt. Außerdem haben sie uns das Setup zusammengestellt und ich muss sagen, auf dem Papier klingt es richtig gut. Mit ihrem YouTube-Kanal und auch ihrem Shop versuchen sie, genau wie wir, den Mofa-Kult am Leben zu halten. Dass der Kult auch bei euch und bei uns allen noch lebt, könnt ihr ihnen ja mal beweisen, indem wir alle unter ihr letztes Video diesen Satz hier kommentieren, damit die Jungs auch sehen, wie viele Leute wirklich noch Mofa fahren. Also, kommentiert da mal fleißig, wir sind auch dabei. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit Tag 0 und dem Umbau unserer Puch Maxi. Tag 0 und wie bei jedem Umbau steht erstmal Abschleifen und Lackieren auf dem Plan. Weil das Abschleifen so langweilig ist, ziehen wir das jetzt möglichst schnell durch, um dann zu dem spannenden Teil zu kommen. Tag 0 und wie bei jedem Umbau ist, Tag 1 unseres Puch-Umbaus und heute beginnt es richtig. Wir haben das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Der Paul wird die ganzen Sachen grundieren und füllern. Ich werde die restlichen Sachen wie Felgen und alles, was so ein bisschen verkromt ist, vorbereiten und dem Paul so ein bisschen zuarbeiten, dass er das Ganze bearbeiten kann. Also, begleitet uns beide, denn heute geht's richtig los. Ich werde dann und ich deadline Chat beteilt uns Menschen mit Schmacken Germany. Tag 2. Heute werden die grundierten Teile alle nochmal angeschliffen und danach endlich lackiert. Ich wette, ihr seid auch schon gespannt, welche Farbe unsere Maxi am Ende bekommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber was wir auf jeden Fall versuchen, ist heute anzufangen zusammenzubauen, denn darauf freuen wir uns schon die ganze Zeit. Bis zum nächsten Mal. 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 I'll keep hustlin' I've seen a lot of people who don't know what work is I've seen a lot of people who don't know what thirst is I've had a taste of evil and tried to cure the sickness But I just keep my head down and focus on the facts I'm settin' down gravel while you just follow the path I'll lead them into battle while you're just too scared to act I'll leave the knife right in my back So I'll keep hustlin', you keep strugglin' Bitch, I'm humblin', keep mumblin' I'll keep dublin', you keep bluffin' You've got nothin', I'll keep hustlin' 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und danach werden wir sofort das ganze Test fahren. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut in Ruhe zu. Es kann nur gut werden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.